Herzlich Willkommen zu Let's Play Skyfords In den letzten Folgen habe ich jetzt mal gesehen, da mein Mikrofon leiser war Ich habe mich jetzt ein bisschen grogiert, hoffentlich hört man mich jetzt ein bisschen besser Ich kann nur ein bisschen, warte mal, ich mach mich ein bisschen lauter noch ein bisschen Mach mal so, so So müsste es gehen, so, das müsste so Sehen Und rausunterdrücke mal, ich direkt auch aus So Es war ja Ich jetzt ein bisschen kleine B-Folge, aber egal Wir machen die nächste Folge Ähm, die nächste Folge Soll ich mal einen BVP machen? No trespassing Los, Autos, freigeschall Jetzt mach mal So Ich versuch weiter ein bisschen einzustellen, ich kann mich hoffentlich besser verstehen So, jetzt mich bisschen besser hören Ah, perfekt Ausschlag Finally Thank the gods Immortals There's something terrible going on I can't believe I'm still alive You have no idea what's happening here There are these monsters Huge insects They came from the direction of the beacon We tried to escape We made it out of the village, but they still got us Am I really the only survivor? We closed the gates behind us We closed the gates behind us But even that didn't stop those creatures But even that didn't stop those creatures The sight had the key Poor Poor The sight Okay 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 I'm going to fall I'm going to fall I'm going to fall I'm going to fall So, just ice I'm going to fall So, let's try How does that work? Now. I have seen It was so loud That's interesting That's what we said With the close position I was going to fall No, it's no deceive We need to keep looking I'm sure he had you Ich will mich alle durchdrehen, das kann mir nicht dauern. auf kann man mich besser jetzt verstehen weh, check it warte ganz kurz, ich muss noch äh, ich brauch schon etwas noch dreiß es ist eine testfolge äh die Piloten voll, ein bisschen mit nur Entschlung da kommen wir wieder genau aber, halt so, beide wieder dann, dann, dann mach mal das hier wieder hoffe ich könnte er mich jetzt besser verstehen da hatte das ein Update, hat der OP jetzt müssen nicht mehr rufen, wie ich jetzt meine auf, das ist nicht mehr rufen und den Tor auf oh die Blastung Insects immediately startet the way Exit our Village wenn wir nicht destroy the Exit there will be too many of them initialize the impact protocol auch oder denn eigentlich direkt dann hab ich nicht mehr geschafft halt hmm es das Das war's. Ich krieg das doppelt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Was ist das? Das war's, das war's. Stanz Jetzt gehen wir wieder zurück Hoffentlich haben mich das jetzt ins Gang gekriegt Sonst weiß ich nicht was ich machen soll ig ich guck mir das video ja nochmals selbst zu können splash Jetzt machen wir das dann, äh, das Rippen holt weiter. Okay, so we're going to go. Das ist gut, ist das eine Anstrengung? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I guess we won't find any survivors. And there's no tablet here either. The gift of immortality gives great power and great responsibility. Blast complete. Compiling status report. I guess we'll have to watch. I guess we'll have to watch. I guess we'll have to watch. I guess. Regular Warranty Maintenance required. Get started. Achtung! ich habe ich ich muss das war nicht so ist aber erst geschlossen Das war's für heute. 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 Das war's für heute.